Gerade was die CO2-Besteuerung angeht. Das ist dann immer ein Punkt, den ich gerne erwähne, um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren und denen zu zeigen, Gas wird nicht günstiger. Also dann werden die Steuern halt Stück für Stück angehoben. Ja, als allererstes kann man da nur sagen, so wie bei Immobilien, Lage, 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 sagen wir bei der Zusammenarbeit, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Oder ist es nicht möglich, vor allem, da wir natürlich nochmal eine Position mehr in den Bauablauf reinbringen. Habe ich ein sehr schlecht gedämmtes Gebäude, dann ist der Vermieter da fast alleine dann schuld und muss 90 Prozent dieser Besteuerung alleine tragen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundament und Finanzen, dem Podcast vom Informationsportal Wohnen und Finanzieren. Mein Name ist Daniel Kort und in der heutigen Episode geht es um die Themen Energieberater, Energieeffizienz und auch Sanierungsfahrplan. Das heißt, konkret besprechen wir die Fragen, was macht eigentlich ein Energieberater? Wann benötige ich überhaupt einen Energieberater? Und welchen Einfluss hat er auf den Sanierungsfahrplan und die Energieeffizienz? Über diese Themen spreche ich mit Dennis Todt. Er ist Bauingenieur und Gebäudeenergieberater und arbeitet für das Energiesparhaus Hamburg. Ein herzliches Hallo erstmal, Dennis. Schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Moin, hallo. Ja, wir wollen ja heute über ganz unterschiedliche Themen sprechen. Lass uns mal mit dir persönlich anfangen. Ich habe eben schon kurz erwähnt, du bist studierter Bauingenieur und Gebäudeenergieberater. Was ist denn so das Aufgabengebiet eines Gebäudeenergieberaters? Ja, da sagst du es ja schon, Gebäudeenergieberater und Bauingenieur. Das ist natürlich nicht die Regel. Das ist bei uns jetzt tatsächlich so ein Einzelfall. In der Regel waren meistens vielleicht ein Bauingenieur, viele Helfer, Schornsteinfeger. Und unser Unternehmen ist natürlich darauf ausgelegt, dass wir mit vielen Bauingenieuren und Architekten eine recht gute fachliche Leistung abliefern wollen. Und genau die Leistung, das Aufgabengebiet ist eigentlich relativ weit gefächert. Aber im Kern geht es hauptsächlich um energetisch relevante Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Beratung von Kunden, die ein Gebäude sanieren oder errichten möchten. Und dafür zum Beispiel gerne Förderung in Anspruch nehmen wollen und auch natürlich die Beratung zu diesen Fördermitteln. Und noch dazu natürlich alle notwendigen Berechnungen, Nachweise, die dann ein Bauingenieur wieder ganz gut im Leben kann. Genau, das ist so eigentlich das Hauptkernelement. Also alles, was das Energetische an einem Gebäude betrifft und alle Förderungen, die da mit drin sind, die wickeln wir als Energieberater ab. Mhm. Und ich habe ja gesagt, du arbeitest für das Energiesparhaus Hamburg. Welches Aufgabenspektrum bildet ihr denn ab? Ja, als erstes die klassische Energieberatung. Das heißt, ein Kunde hat zum Beispiel ein Gebäude erworben oder den Gebäude neu bauen oder das erworbene sanieren, wie auch immer. Dann kommt dieser Kunde zu uns und fragt meistens, wie er denn dafür Förderung bekommen könnte. Und dann sagen wir, wir machen erstmal einen Auftakttermin, fahren vor Ort, machen eine Energieberatung mit dem Kunden, erzählen, was für Möglichkeiten dieser denn wirklich dabei hat. Und wenn das dann für den Kunden interessant ist, dann bieten wir natürlich auch an, wenn er Maßnahmen umsetzen möchte, das heißt zum Beispiel das Dachsanieren, das Außenmauerwerk sanieren, dass wir ihn natürlich auch bei diesen Tätigkeiten nachher begleiten. Innerhalb einer Baugleitung nennt sich das bei uns ist, nochmal zu differenzieren zwischen einer richtigen Bauleitung, Baubegleitung ist einfach nur, dass wir die Qualitätssicherung dann auch vor Ort übernehmen, wenn die Arbeiten ausgeführt worden sind. Und ja, dann haben wir noch den individuellen Sanierungsfahrplan, das ist eigentlich ein sehr interessantes Tool für die meisten Leute, können wir auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen auf dem Fahrplan tatsächlich. Energieausweise, ganz klassisch natürlich, die natürlich dann auch so ein bisschen dazu, dass der Kunde vielleicht die ersten Kontaktpunkte zu uns bekommt und sagt, ey, das war ja alles super und wir dann ihn natürlich weiterhin begleiten. Ja, noch dazu, im gleichen Zuge sind die ganzen rechnerischen Nachweise, das heißt, baue ich jetzt mehr als zwei Drittel neue Fenster in mein Gebäude ein, muss ich zum Beispiel einen Luftdichtheitsnachweis berechnen. So, also lüftungstechnische Maßnahmen müssen dann überprüft werden, sind sie notwendig, sind sie nicht notwendig, das sind dann so eine Nachweisedele, die wir liefern müssen. Es kann auch sein, dass wir mal eine U-Wertberechnung nochmal neu machen müssen, eines Fensters, um zu schauen, ob das Fenster mit Rahm-Glasanteil wirklich genau dem entspricht, was das BAFA als Fördervorlage dann wirklich vorgibt. Ja, und hinten dran kommen dann noch die Allgemeiningenieur- und Architektenleistungen. Das sind ganz klassisch Bauzeichnungen in Busplanung, Bauanträge, die Bauüberwachung, Abrechnung und im Einzelfall machen wir auch die Bauleitung. Das ist so eigentlich unser größtes Aufgabenspektrum. Genau, wenn ich über den Fahrplan noch ein bisschen was erzählen soll, kann ich das gerne machen. Das ist eigentlich so das interessanteste Tool davon. Also bei einem Fahrplan geht es wirklich darum, dass wir ein individuelles Konzept für den Kunden entwerfen, damit der Kunde wirklich systematisch Schritt für Schritt sehen kann, was für Sanierungen machen bei ihm Sinn. Das läuft dann so ab, dass wir einmal vor Ort fahren. Wir nehmen das ganze Gebäude auf, also überprüfen die Bausubstanz, sowohl Dach, Mauerwerk, untere Gebäudeabschluss, aber auch natürlich die Anlagentechnik. Nachdem wir das alles aufgenommen haben, kann man sich einen ganz guten Ist-Zustand daraus bilden. Das heißt, die Analyse wäre dann im ersten Schritt erstmal abgeschlossen. Was natürlich da immer noch sehr wichtig ist, die Kommunikation mit den Kunden, weil viele Kunden haben natürlich von vornherein schon Wünsche und wissen schon, wo es in welche Richtung geht. Und da sind wir natürlich dann daran, irgendwie einen guten Kompromiss zu finden, dass wir uns da so treffen, dass der Kunde natürlich zufrieden ist, aber es auch nach der Förderrichtlinie natürlich alles abläuft. Und ja, der größte Vorteil dieses Fahrplans ist dann, dass man nochmal 5% mehr Förderung bekommt tatsächlich und dieser 15 Jahre gültig ist. Damals war es auch so, dass wir 60.000 Euro pro Jahr pro Voneinheit gefördert bekommen haben. Jetzt ist es so, seit dem Jahr 2024, dass wir nur noch 30.000 Euro gefördert bekommen mit 15%. Haben wir aber einen individuellen Sanierungsfahrplan ausgearbeitet, wird es wieder auf 60.000 Euro förderfähige Kosten aufgeräumt. Deswegen ist es auch ein ganz wichtiges Tool für euch, ne? Ja, sehr, sehr wichtiges Tool. Sowohl für uns, für den Kunden, als auch für die Fachplaner oder Fachhandwerker, die vor Ort sind, um diese Maßnahmen umzusetzen, weil in diesem Fahrplan natürlich auch sämtliche Detailkonstruktionen mit drin sind, um genau zu sehen, in welche Richtung das nachher dann laufen soll und damit jeder auch weiß, wo er dran ist. Ja, ihr habt ja einen ganz schönen Bauchladen an unterschiedlichen Themen, die ihr da bespielt. Jetzt ist es ja so, der Gebäudebestand in Deutschland, der ist ja sehr alt. 63% der Immobilien in Deutschland sind sogar vor 1980 gebaut worden. Das heißt, ihr müsst ja sehr viel zu tun haben angesichts der Energiewende und den ganzen Themen, die jetzt gerade im letzten Jahr dann so durch die Energiewende kamen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Es ist Wahnsinn, uns wird das Haus hier quasi auch eingerannt. Wir haben auch schon tatsächlich wieder einen Auftrag, Stopp bis fast Ende des Jahres, weil wir kapazitiv halt schlecht hinterherkommen. Ich denke mal, das geht vielen Energieberatern so. Aber alles in allem noch mal zu dem Baujahr 1980. Du hast schon recht, alles vor 1980 bedarf natürlich einer etwas größeren oder vielleicht detaillierten Energieberatung. Aber natürlich sind für uns auch Gebäude nach 1980 sehr interessant und auch Teil unseres Jobs. Da es natürlich nicht immer nur um die Bausubstanz geht, sondern auch um die Anlagentechnik. Und gerade bei der Anlagentechnik, so Heizungen haben eine ungefähre Laufzeit heutzutage zumindest von circa 15 Jahren. Damals wurden sie wahrscheinlich noch älter, aber man sollte heute nicht mehr davon ausgehen, dass sie noch viel älter werden. Das heißt, wenn man das jetzt zurückrechnen würde, sind natürlich da auch schon Gebäude ab 2010 für uns interessant, für Kunden, die sagen, gut, meine Heizung wird jetzt demnächst irgendwann vielleicht kaputt gehen. Und ich muss mich schon mal informieren, was ich neu jetzt etablieren werde in meinem Gebäude, was für ein Heizsystem. Ja, natürlich aber auch wieder in Ganzheitlichkeit mit der Baukonstruktion, was natürlich auch immer sehr wichtig ist. Also es macht keinen Sinn, diese Punkte einzeln zu betrachten. Man muss natürlich gucken, dass man das alles im Einklang bringt. Und genau, das einmal zu den Gebäuden nach 1980, aber genau, auch Fenster zum Beispiel. Fenster sind ja wirklich auch Bauelemente, die im Gegensatz zu einer Außenwand ständig genutzt werden. Das heißt, sie haben natürlich einen mechanischen Verschleiß über die Zeit. Das heißt, Fenster werden dann auch mal wieder eher öfter saniert, also in dem Fall ausgetauscht dann in den meisten Fällen, als zum Beispiel eine Außenwand. So, da kommen wir dann auch wieder bei den neueren Gebäuden. Das heißt, unser Spektrum ist da schon sehr groß. Aber wie du schon richtig sagtest, so die meisten Gebäude sind eigentlich wirklich alle vor 1980. Und vor 1977 gab es auch noch keine richtige Wärmeschutzverordnung. Die kam erst 1977 raus. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass alle Gebäude, die um 1977 gebaut worden sind und auf jeden Fall alle nach 1977, dass die schon einigermaßen intakte Dämmung haben. Ob die heutzutage immer noch so intakt ist, das überprüfen wir natürlich wieder vor Ort. Okay. Und kann man da denn noch besonders viel machen bei so alten Gebäuden, die keine richtige Dämmung haben? Ja, auf jeden Fall. Also alte Gebäude, da kommt es natürlich auch immer darauf an. Also je nachdem, wie man da vor Ort übereinkommt mit Handwerkern, mit dem Kunden etc. Aber in der Regel lassen sich wirklich die meisten Gebäude energetisch sehr gut sanieren. Da sollte man sich auch jetzt nicht verfürchten, wenn man Gebäude hat, was vor 1980 erbaut worden ist, was man dann erwirbt. Und auch diese lassen sich natürlich aber dann mit einem etwas höheren Kostenaufwand energetisch sehr gut sanieren. Man nimmt zum Beispiel Gebäude jetzt von alles so um die 1910, 1920, wo wir sehr gerne eine Luftschicht im Mauerwerk hatten. Die Luftschicht war damals hoch angesehen und hat natürlich auch eine gewisse Dämmwirkung, aber natürlich nur dann, wenn sie komplett eingeschlossen ist. Das heißt, wenn da keine Zirkulation herrscht, dann hat sie eine Dämmwirkung. So, wir machen uns das jetzt zunutze und sagen, dass wir gerade alte Gebäude mit einer Einblasdämmung versehen. Das ist eine super, super gute und günstige Maßnahme, gerade im Bestandsbau, alles bei den älteren Gebäuden, um da das Außenmauerwerk dämmen zu können, ohne jetzt die äußerliche gestalterische Vorgabe da zu zerstören. Okay. Nun ist es ja so, gerade bei diesen alten Gebäuden zahlt man ja dann immer einen Abschlag, weil die Energieeffizienz ja relativ schlecht ist. Und dementsprechend mehr muss man dann eben in die baulichen Maßnahmen und in die Sanierungsmaßnahmen stecken. Auf jeden Fall. Was sind denn so die gängigsten Fragen, die ihr gestellt bekommt? Die gängigsten Fragen. Die gängigste Frage in den letzten Jahren, die ich gehört habe, war tatsächlich, oh Gott, meine Heizung, was muss ich mit der Heizung machen? Muss ich meine Heizung jetzt rauswerfen? Muss ich jetzt auf Gas verzichten? Und die Leute waren natürlich schon sehr in Aufruhr. Es wurde natürlich auch ein bisschen Aufruhr betrieben. Und na klar, wenn man da jetzt nicht drin ist im Thema, dann stellt man das natürlich erstmal vor eine große Herausforderung. Und man ist vielleicht auch ein bisschen unsicher dann in dem Punkt. Und dafür gibt es natürlich dann zum Glück uns dann wieder, die da natürlich dann beratend mit agieren. Auch noch eine sehr interessante Frage ist immer, was würden Sie tun, wenn das Ihr Haus wäre? Da wollen die Leute wirklich erstmal wissen, okay, Sie sind der Experte. Wie würden Sie das dann machen? Ist natürlich eine Frage, die ich immer ganz gut finde. Aber auch da muss man sagen, jedes Gebäude ist individuell. Das heißt natürlich, das, was ich bei meinem Gebäude machen würde, kann man nicht direkt ummünzen auf alle anderen Gebäude. Das ist nämlich so eine ganz interessante Frage. Und ja, noch dazu, gerade in Bezug auf die Wärmepumpen, ist natürlich auch viel rumkursiert, viel populistische News, die dann wirklich gesagt haben, nein, Wärmepumpe funktioniert überhaupt nicht. Und Altbau kann man das vergessen, die sind ja super laut und das ist alles nicht so gut. Und ist es denn wahr? Und da gilt es natürlich dann auch erstmal viel Aufklärungsarbeit zu leisten und die Leute dann wieder abzuholen und von dem wegzukriegen, was sie sich dann über Dr. Google zum Beispiel dann ein bisschen angekündigt haben. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Aber ist das Thema Wärmepumpe denn wirklich so gefragt nach den Aussagen im letzten Jahr? Oder hat sich das mittlerweile wieder so ein bisschen gegeben? Ne, die ist immer noch sehr gefragt tatsächlich. So eine mit der gefragtesten Heizungstechniken, würde ich fast behaupten. Auch wir als Energieberater kommen eigentlich kaum noch drumherum, was anderes außer eine Wärmepumpe zu empfehlen. Hat einfach den Hintergrund, da die Wärmepumpe gerade vom Staat sehr, sehr subventioniert sind. Und ich weiß nicht, ob man das schon mitbekommen hat, aber dadurch, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben, haben natürlich sehr viele Unternehmen dann ihre Chance gewidmet. Wenn irgendwas politisch bewirkt ist und bezuschusst wird, dann sprießen die Unternehmen auf einmal alle aus der Erde. Man kennt es ja nicht anders. Genau. Und das ist aber auch wieder ein Riesenvorteil, weil dadurch forschen wir natürlich viel, viel exzessiver an dieser Heizungstechnik und kommen da auch immer schneller voran. Weshalb wir jetzt auch schon wirklich Wärmepumpen sehen, die problemlos in alten Gebäuden eingebaut werden können und dieses auch wirklich sehr effizient beheizen können. Da gibt es natürlich noch super viele andere Heizungstechniken und Möglichkeiten, aber ich sage mal zum Beispiel bei der Pelletheizung, alles was mit Biomasse zu tun hat, wird es auch nicht mehr ganz so gefördert, wie es denn mal war. Das ist auch immer, wenn man jetzt eine Biomasse zum Beispiel einbaut, muss man zeitgleich auch eine Solarthermieanlage installieren, um sie gefördert zu kriegen. Kann nicht jeder, weil vielleicht nicht jeder den Platz dann auf dem Dach hat. Das heißt, eine Biomasse fällt dann wieder für einige weg und die Wärmepumpe, die wird es wohl werden, früher oder später, da gehe ich ganz stark von aus. Und auch da gibt es jetzt, da komme ich später noch mal zu, wenn wir noch mal ein paar innovative Techniken besprechen, dass die Wärmepumpe mit einigen anderen regenerativen Energien sehr gut gekoppelt werden kann. Okay, dann lass uns mal am Anfang anfangen. Also wenn du jetzt in ein Gebäude gehst, wie bewertest du dann die Energieeffizienz eines Gebäudes und welche Faktoren spielen da vor allem eine Rolle? Also zuerst kann man die Energieeffizienz natürlich relativ leicht ermitteln, auch als Laie tatsächlich sogar. Wenn ich jetzt meinen Energieverbrauch weiß, dann teile ich den einfach durch meine Quadratmeter Wohnfläche und bekomme einen spezifischen Wert in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr dann natürlich. So, dann habe ich schon mal eine Einschätzung meines individuellen Betrachtung. Das heißt, das ist natürlich dann stark vom Nutzer abhängig. Wenn ich jetzt allerdings sage, okay, wir wollen eine Vergleichbarkeit deutschlandweit haben der Gebäude, macht es halt keinen Sinn, nur nach dem Verbrauch zu gehen, weil diese halt individuell zu betrachten ist, aber jetzt nicht objektiv vom Gebäude abkommt. So, da ist es dann so, dass wir dann vor Ort gehen und es gibt ja diesen Energieausweis, den gibt es einmal als Verbrauchs- und als Bedarfsausweis. Der Bedarfsausweis, der stellt die objektive Bilanz des Gebäudes dar, weil wir da vor Ort gehen, das Gebäude an sich betrachten und jetzt nicht gucken, wie benimmt sich der Nutzer in dem Gebäude, wie ist das Nutzerprofil, sondern wir schauen wirklich, wie ist die Gebäudesubstanz, was haben wir im Dach vorliegen, was für eine Außenwand haben wir, von welchem Baujahr ist die, welche Konstruktionen waren dort üblich und gucken dann natürlich, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen die Energieeffizienz anhand dieser ganzen Faktoren bestimmen können. Wie gesagt, das ist dann einmal wirklich das Dach, Außenwand, Fenster, Heizungsanlage und der untere Gebäudeanschluss, die wir uns dann in dem Gebäude einmal anschauen. Das sind die Hauptkennwerte, genau. Genau, wenn wir dann die ganzen Daten vorliegen haben, dann gehen wir zurück in unser Büro und schmeißen die Software an und die Software wird dann mit den ganzen Ist-Daten, die wir vor Ort aufgenommen haben, gefüttert und daraus ergibt sich dann nachher ein Endenergiebedarf. Und das ist wirklich eine objektive Betrachtungsweise des Gebäudes, welche man dann mit allen Gebäuden in Deutschland vergleichen kann, weil gewisse Standardwerte einfach angenommen werden und die dann überall gleich sind. Das wäre zum Beispiel die Norm innen Temperatur eines Gebäudes, die dann erstmal überall das Gleiche angenommen wird. Bei der individuellen Betrachtungsweise weißt du bestimmt selber, einige Räume sind vielleicht mal auf 20 Grad, die anderen ein bisschen kühler, die anderen dann doch ein bisschen wärmer. Ja, genau. Ja, hängt ja manchmal auch an der Sonneneinstrahlung, ne? Das hängt auch manchmal an der Sonneneinstrahlung, auf jeden Fall, na klar. Es gibt Standorte, da ist die Sonne auf jeden Fall ein bisschen intensiver, andere Standorte ist sie weniger. Aber wir nehmen jetzt zum Vergleich zum Beispiel, damit das auch alles weiter vergleichbar ist, ein Standort und das ist Potsdam. Und nach dem Standort Potsdam vergleichen wir dann auch. Okay, warum Potsdam? Potsdam ist der Klimastandort und genau anhand dieses Standorts nutzen wir dann die Klimadaten, um dann wirklich diese Vergleichbarkeit dann auch zu haben. Okay, und jetzt hast du für ein Gebäude dann die Messung und auch die Energieeffizienz. Welche Maßnahmen empfiehlst du dann zur Verbesserung der Energieeffizienz jetzt in bestehenden Gebäuden? Ja, das ist auch eine sehr beliebte Frage, tatsächlich auch von Gründen. Es gibt nicht die eine richtige Maßnahme. Das muss man erstmal wissen. Das ist natürlich immer sehr, sehr, sehr abhängig von der individuellen Ausgangssituation vor Ort, ganz klar. Das heißt, pauschal kann man da erstmal so gar nichts empfehlen. Aber wenn ich jetzt pauschal empfehlen müsste, dann würde ich zum Beispiel einen hydraulischen Abgleich vorschlagen. Dieser hydraulische Abgleich kann, das ist ganz groß geschrieben, damit kann Energieeinsparungen bis zu 10 Prozent wirklich bewirken und das mit einem minimalen Aufwand. Der hydraulische Abgleich bedeutet einfach nur, dass zum Beispiel Heizkörper, die sehr weit weg von der Heizzentrale sind, vielleicht ein bisschen zu wenig Wärme abbekommen. Heizkörper, die sehr nah an der Heizzentrale sind, bekommen vielleicht ein bisschen zu viel Wärme ab. Und durch den hydraulischen Abgleich wird dieses System einmal kalibriert. Das heißt, die Heizkörper, die zu viel hatten und zu wenig hatten, werden dann auf eine Ebene gebracht. Und somit wäre das System hydraulisch abgeglichen. Und das kann tatsächlich schon bis zu 10 Prozent einsparen. Und die Maasten halten sich da wirklich in Grenzen. Das ist zumindest eine Maßnahme, die man immer im Kopf haben sollte. Auch diese Maßnahme wird gefördert. Wichtig dafür ist, dass die Heizungsanlage älter als zwei Jahre ist, aber nicht älter als 20 Jahre. Dann kann ich mir den hydraulischen Abgleich fördern lassen. Geht einfach darum, dass wir, wenn wir eine neue Heizungsanlage einbauen, müssen wir sowieso einen hydraulischen Abgleich durchführen. Heißt natürlich, nach zwei Jahren später wäre es für den Bund natürlich nicht so sinnhaft, dich zu sagen, okay, du machst jetzt nochmal ein. Wie fördert der das? Macht natürlich dann keinen Sinn. Bei alten Heizungsanlagen über 20 Jahre möchte man natürlich dann eher, dass der Kunde dann vielleicht sagt, gut, ich tausche die Heizungsanlage jetzt aus und gehe dann einen Schritt weiter regenerativ. Das ist aber natürlich nicht die einzige Maßnahme, was natürlich auch noch immer sehr gut funktioniert, was auch durch das Gebäudeenergiegesetz vorgeschrieben ist, tatsächlich bei Erwerb eines neuen Gebäudes. Das ist zum Beispiel die nachträgliche Dämmung der Rohrleitung, die man auch gut selber durchführen kann. Oder halt auch die Dämmung der obersten Geschossdecke. Bei der obersten Geschossdecke auch immer eine sehr kostengünstige und definitiv effiziente Maßnahme, da man da das auch sehr gut in Eigenleistung betreiben kann. So, wenn ich jetzt sage, ich saniere mein Dach neu und dämm das komplett neu bis oben in den Fürst, dann wäre die Geschossdeckendämmung definitiv obsolet. Dann wird sie nicht mehr benötigt. Aber habe ich jetzt noch keine Möglichkeit und nicht das Kapital, mein ganzes Dach neu zu sanieren und möchte zumindest meinen Wärmeverlust ein bisschen minimieren, gucke ich mir die Geschossdecke an und dämm da einfach ein bisschen nach. Das hat auch einen sehr großen Einfluss. Denn wie wir alle gelernt haben damals in der Schule, im Physikunterricht, warme Luft steigt nach oben. Das sind wir alle, denke ich. Und dementsprechend ist das natürlich eine sehr gute Maßnahme. Welche Rolle spielen denn da die Fenster? Die hast du ja eben schon angesprochen. Das ist ja auch häufig ein Mittel, was auch sehr viel bringen kann. Auf jeden Fall. Bei Fenstern haben wir einfach den Vorteil, dass der Kunde da super flexibel ist. Das ist der meisten Kunden, dass man sagen kann, komm, wir fassen jetzt ein Bauteil an. Aber das Bauteil kann auch nur sein, ein Fenster oder zwei Fenster. Wenn wir es förderfähig haben wollen, müssen wir mindestens 2000 Euro investieren. Da kommen wir mit einem Fenster meistens nicht hin. Aber wenn ich jetzt sage, der Kunde tauscht drei Fenster aus, dann kann man da mit Einbau und allem drum und dran schon auf die 2000 Euro kommen und ist natürlich da flexibel. Ansonsten Fenster definitiv immer zu empfehlen. Gerade bei Fenstern haben wir wirklich einen Fortschritt gemacht über die Jahre, den wir in anderen Bauteilen halt nicht gemacht haben. Also Fenster können nicht viel dicker werden. Klar, wir sind jetzt bei einer Dreifachverglasung. Im Vergleich zu damals, wenn man eine Einfachverglasung angefangen hat, was wie Luft war. Und da wurde man natürlich Stück für Stück besser. Aus der Einfachverglasung wurde nachher eine Isolierverglasung. Aus der Isolierverglasung, da gibt es auch noch verschiedenste Typen, die wurden natürlich auch noch immer sukzessive besser. Und jetzt sind wir bei der Dreifachverglasung angekommen. Ist natürlich so, dass Nonplusultra die Dreifachverglasung ist, aber auch die einzige Verglasung, die aktuell gefördert wird. Also eine Isolierverglasung hat mich zum Beispiel nicht mehr gefördert. Genau, wichtig bei den Fenstern ist auch immer, einige Kunden haben Fenster und fragen mich dann, das Fenster sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, kann ich das nicht drin lassen? Und problematisch ist es, wenn wir dann Fenster aus den 80er Jahren zum Beispiel haben, dann ist es vielleicht nicht das Fenster. Das war qualitativ vielleicht ganz gut hergestellt, aber da geht es dann auch eher um die Bauteilanschlüsse. Sondern die Bauteilanschlüsse um das Fenster herum, also die Dämmung und die Luftdichtheitsebene, die wurden halt nun mal damals nicht so ausgeführt, wie es heute ausgeführt wird. Und wenn man dann jetzt sich überlegt und ich baue mir ein neues Fassadensystem an mein Haus und lasse die Fenster aber alt, dann haben wir da halt keine Ganzheitlichkeit und dann kann es auch da natürlich wieder irgendwo zu Problemen kommen. Wenn ich mir jetzt eine Immobilie kaufen möchte, eine etwas ältere, was sind denn da so die Punkte, worauf ich unbedingt vorher achten sollte, gerade bevor ich jetzt so eine aufwändige Sanierung in Auftrag gebe? Ja, also wenn wir das mal auf den Laien beziehen, wenn ich jetzt als Laie losgehe und möchte eine Immobilie erwerben, dann ist es vor allem erstmal wichtig zu schauen, welche energetischen Maßnahmen wurden bisher durchgeführt. Ich gucke mir das Haus an, frage am besten nach oder frage den vorherigen Eigentümer, ob er mir Rechnungen zur Verfügung stellen kann. An der Rechnung kann man natürlich schon sehen, was wurde da gemacht. Oft sind die Arbeiten aber schon von dem Eigentümer davor durchgeführt worden und es sind keine Rechnungen vorhanden. Da guckt man sich einfach die Außenwand an, klopft da mal gegen. Wenn es sich sehr hohl und leicht anhört, dann weiß man, da ist zumindest mal ein WDVS oder sowas ähnliches dran gekommen. Man kann es auch oftmals erkennen, wenn man von außen auf die Fenster schaut und wenn wir von außen einen sehr großen Laibungsbereich haben, die Fenster quasi etwas weiter innen sitzen im Mauerwerk, ist auch oft davon auszugehen, dass da schon mal was vorgekommen ist, weil die Dämmung entweder in Fensterebene oder davor gesetzt wird und dann halt in der rote Linie quasi mit dem Fenster verbunden ist. Ja, ebenfalls wichtig ist definitiv das Baujahr des Gebäudes. Wie ich eben schon erwähnt hatte, ist die erste Wärmeschutzverordnung nach 1977 rausgekommen. Heißt für mich als Laie natürlich, wenn ich mir ein Gebäude nach 1977 kaufe, weiß ich, da ist schon mal was gedämmt worden. Vielleicht muss ich da nicht direkt agieren. Hol ich mir aber ein Gebäude vor 1977, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da vielleicht auch im Dach noch gar keine Dämmung drin ist. Da hat man natürlich enorme Energieverluste und weiß auch schon, dass ich zukünftig da auf jeden Fall irgendwann handeln muss. Das sind natürlich zwei sehr wichtige Punkte. Wenn wir dann in das Haus reingehen, ist dann mein nächster Hinweis auf jeden Fall, sich einmal die Heizungstechnik anzuschauen, weil das, wie gesagt, ist aktuell bei sehr vielen Leuten immer noch sehr unbehagen. Und die Heizungstechnik kann auch zu hohen Kosten führen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Einfamilienhaus kaufe und ich habe da noch eine alte Ölheizung drin, die ist jetzt knapp an die 30 Jahre, dann muss ich einfach davon ausgehen, dass ich in den nächsten fünf Jahren eventuell, falls sie nicht mehr weiter zu reparieren ist, die Heizungsanlage austauschen muss. Und dann ist es nicht nur, ich tausche die Heizungsanlage aus, dann muss man sich natürlich noch an gewisse Gesetze halten. Die Politik hatte ja erst vorgesehen, dass wir ab diesem Jahr nur noch 65 Prozent regenerative Heizungslösung einbauen dürfen, wurde zurückgerudert. Jetzt sind wir in Schleswig-Holstein oder in Hamburg auch an das Klimaschutzgesetz dort gebunden. Die schreibt mindestens 15 Prozent regenerativen Anteil vor. Das müssen wir noch einhalten. Aber das kriegen wir auch mit einer Solarterminanlage zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ohne direkt alles auf Wärmepumpe umrüsten zu müssen. Möchte ich jetzt aber Förderung haben, was ja auch ganz wichtig ist, wenn ich ein neues Gebäude erwerben möchte, um schon mal zu wissen, okay, welche Kosten kann ich gegenrechnen, dann muss ich trotzdem die 65 Prozent einhalten, wenn ich förderfähig sein möchte. Dann muss eine Heizungsanlage definitiv schon eine Wärmepumpe sein oder ich muss halt wirklich Ersatzmaßnahmen treffen. Aber da muss ich ein bisschen besser sein. Gasheizungen werden zum Beispiel gar nicht mehr gefördert. Die will man natürlich nicht mehr reinhaben. Man darf sie sich aber immer noch einbauen. Was auch viele Leute fragen, darf ich das, darf ich nicht? Ja, man darf Gasheizungen noch installieren, werden aber nicht mehr gefördert. Ich würde gerne noch mal einen Punkt erwähnen, der ebenfalls noch mal recht wichtig wäre meines Erachtens, wenn ich jetzt ein Haus erwerben wollen würde. Feuchtigkeit und Schimmel. Das ist natürlich auch immer ein sehr großer Punkt. Und wenn man wirklich nur auf die energetische Betrachtungsweise geht, dann würde ich mir die Ecken anschauen eines Gebäudes. Wenn ich in den Ecken jetzt schon sehr verdunkelte Stellen habe und da Feuchtigkeit ist, na klar, es kann auch durch das individuelle Nutzerverhalten hervorgerufen werden. Aber gerade in den Ecken ist es schon mal meistens ein Indiz dafür, dass wir dort eine Wärmebrücke haben. Gerade in den Ecken haben wir das Problem, dass die Wärmestromdichte relativ hoch ist. Das heißt, wir haben eine kleine Innenecke, aber die Außenseite der Wand, die Ecke, hat natürlich mehr Fläche. Das heißt, wir haben mehr kalte Fläche als warme Fläche. Somit geht halt viel mehr Wärme verloren. Und das heißt dann auch wiederum, das könnte man mit einer Außenwanddämmung lösen. Was aber auch wieder mit enormen Kosten verbunden ist, ganz klar. Genau, das brauchen wir dazu. Okay. Du hast ja das Thema Förderung eben schon angesprochen. Was muss ich denn generell so bei dem Prozess der Förderung beachten, wenn ich einen Antrag stellen möchte zur Förderung? Genau, da hat sich auch dieses Jahr wirklich einiges geändert. Und zwar läuft es jetzt so ab, wenn ich mich dafür interessiere, ich sage mal jetzt als Beispiel, mein Dach zu sanieren. Dann wendet man sich am besten an einen Energieberater, wie zum Beispiel das Energiesparhaus Hamburg-Übeck. Und genau, erklärt erstmal, was man für ein Vorhaben hat. Dann kommen wir nochmal dazu, beraten einmal. Und bevor die Förderung dann gestellt werden kann, muss ab diesem Jahr erst der Vertrag geschlossen werden mit dem jeweiligen Handwerker. Erst wenn der Vertrag geschlossen wird, darf die Förderung beantragt werden. Der Vertrag muss aber auch eine aufschiebende oder auflösende Bedingung enthalten ab diesem Jahr. Viele Handwerker drehen wahrscheinlich jetzt die Augen nach oben, weil das schon eine recht schwer zu lösen. Die Situation für viele Handwerker ist tatsächlich, diese auflösende Bedingung bedeutet halt, wenn die Förderung nicht stattgegeben wird, dann kann ich den Vertrag wieder auflösen. Gerade die Fensterbauer allerdings, die bestellen natürlich Fenster vorab. Und wenn nachher der Vertrag aufgelöst wird, dann sind natürlich Fenster vor Ort, die nicht so einfach woanders eingebaut werden können, weil die natürlich individuell bemessen sind. Da muss man jetzt anfangen, sich ein bisschen umzustrukturieren, um dann vielleicht zu sagen, okay, lieber Kunde, Fenster bestellen wir auch erst im Nachhinein. Und dann bleibt auch keiner auf den Kosten sitzen. Ich gehe davon aus, dass es durchgeführt wurde, ja, Verbraucherschutz, ganz klar, auf jeden Fall. Aber die Politik bzw. der Bund hat natürlich eine bessere Planbarkeit der Kosten. Damals wurden halt ganz viele Förderanträge gestellt, aber nicht umgesetzt. Weil erst musste die Förderung gestellt werden und dann musste der Rest des Prozesses durchgeführt werden, also Vertrag etc. Und das war natürlich dann das Problem. Viele haben erst mal beantragt, aber es gar nicht in Anspruch genommen. Somit war die Planbarkeit der Gelder einfach gar nicht vorhanden. Und das wird geändert, genau. Genau, und wenn ich dann den Vertrag habe und die auflösen auf sieben Bedingungen, dann kann ich den Antrag stellen. Und wenn der Antrag gestellt ist, muss der Kunde circa zwei Wochen warten. Dann gibt es den Zuwendungsbescheid und dann darf mit der Durchführung der Maßnahme bekommen werden. Okay, du hast ja den Sanierungsplan schon angesprochen am Anfang des Gesprächs. Es spielt ja eine große Rolle, Umförderung zu bekommen, das hast du ja auch gesagt. Aber auf welche Dinge sollte ich denn bei so einem effizienten Sanierungsplan konkret achten? Der Sanierungsfahrplan, genau. Wenn man den durchführen lassen möchte, dann muss ich natürlich auch, wie vorhin einmal erwähnt, vor Ort kommen. Ich analysiere auch da das Gebäude jetzt erst mal, gehe mit den Kunden ins Gespräch, versuche herauszufinden, was deren Bedarf und was die Wünsche sind, weil auch die spielen einfach eine große Rolle. Und genau, nachdem ich das alles aufgenommen habe, eigentlich so, wie ich es vorhin auch schon mal erläutert habe, wird der Fahrplan dann einmal aufgestellt von mir. Die ganzen Ist-Kennwerte des Gebäudes fließen dann rein in den Fahrplan und daraus entwickle ich dann Varianten. Das heißt, ich schaue mir die Ist-Situation, des Gebäudes nachher an, gucke, okay, wo liegen wir, vom Energiekennwert des Gebäudes, was für eine Bausubstanz ist allgemein, mit welchen Stoffen kann man dort arbeiten und überlege mir dann in fünf Varianten Maßnahmen, wie ich dieses Gebäude dann Stück für Stück sanieren würde. In den Maßnahmen werde ich einmal jedes Bauteil mit bilanzieren, hat einfach den Hintergrund, wenn ich alle Bauteile mit drin habe, erreiche ich ein Effizienzhaus. Und das Effizienzhaus ist schon gewollt, einmal darzustellen, damit der Kunde aussieht, wow, ich kann auch mit einer Sanierung an einem Stück dieses Gebäude sanieren, bekomme dazu einen Kredit von der KfW, einen zinsverbilligten Kredit natürlich, und muss somit kein eigenes Geld einsetzen, was da auch für einige sehr interessant sein kann. Die andere Darstellung des Fahrplans ist die Schritt-für-Schritt-Sanierung, dass ich wirklich sage, die fünf Maßnahmen, die ich da ansetze, die ich natürlich auch sehr strukturiert und systembasiert aufbaue, dass es halt alles irgendwo Sinn macht, dass man sagt, im ersten Maßnahmenpaket würde ich zum Beispiel die Fassade sanieren, das heißt Austausch der Fenster und Sanierung der Außenwand. Dann sieht man dort einmal die Investitionskosten, die man zu tätigen hätte für diese Maßnahme. Man sieht die Förderung und weiß dann ganz genau, wo ich auch nachher mit meinen Energiekosten lande, wenn ich diese Maßnahme ausgeführt habe. So, und das geht dann Schritt für Schritt, bis alle Maßnahmen durchgeführt worden sind, alle Bauteile aufgeführt sind. So auch die Anlagentechnik, die auch ein eigenes Maßnahmenpaket nachher darstellt, wo man dann überlegt, welche Anlagentechnik, welche Heizung würde jetzt bei diesem Gebäude dann sinnhaftig sein. Genau. Und wenn ich diese fünf Maßnahmen dann alle etabliert habe und den Fahrplan durchgearbeitet habe, dann lade ich den Kunden ein zu uns hier ins Energiesparhaus, dann gehe ich da mit dem Kunden einmal durch, werde ihm alle aufkommenden Fragen diesbezüglich beantworten und ihm natürlich da mit Rat und Tat zur Seite stehen und genau die Sanierung dann mit ihm angehen. Das ist alles kurz und knapp erklärt. Sehr schön. Ja, auch auf den Punkt gebracht. Jetzt ist ja so, es gab in den vergangenen anderthalb Jahren ganz viele Bauvorschriften, neue Energiestandards, Förderungsrichtlinien. Welche Herausforderungen entstehen denn da für euch? Ja, eine auf jeden Fall. Ja, primär tangieren uns natürlich jetzt das Gebäudeenergiegesetz, das GEG, was sich jetzt auch zu 2024 wieder geändert hat, also hauptsächlich aufgrund der Heizung. Man nennt es nicht um uns das Heizungsgesetz, wie es in aller Munde heißt. Genau, da müssen wir natürlich auch viel Zeit wieder investieren, auch als Energieberater. Uns fällt das nicht in die Wiege. Wir wissen das nicht automatisch. Wir müssen uns natürlich mit den Themen jedes Mal erneut auseinandersetzen, uns einarbeiten. Und jetzt, wenn das Energiegesetz nicht genug wäre, schreiben wir uns natürlich noch die BAFA und KfW und IFB einige Dinge vor, um die wir uns natürlich immer neu kümmern müssen und uns da auf den laufenden Stand halten müssen. So wie jetzt zum Beispiel 2024, was ich gerade erwähnt hatte, die Fördervorgaben sind jetzt andere. Jetzt müssen wir natürlich erst mal den Vertrag haben, dann den Antrag stellen. Das sind halt alles Dinge, die dann alle dazukommen. Genau, auch nochmal ein ganz interessanter Fakt, was sich für uns natürlich dann auch immer als relativ mühselig gestaltet. Wir hatten damals 1990 ungefähr maximal 5000 Bauvorschriften. Jetzt, knapp 30 Jahre später, haben wir 20.000 Bauvorschriften. hat sich einfach mal vervierfacht. Macht das Ganze natürlich auch nicht viel leicht, da muss man ehrlich gestehen. Aber gut, dafür hat man natürlich dann eine gewisse Sicherheit in Deutschland und weiß, wie alle möglichen Systeme denn ausgeführt werden. Hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich. Ja, aber alles in allem ist es da tatsächlich auch als Energieberater manchmal schwer, den Überblick in diesem Förderdschungel zu behalten. Aber wir sind natürlich stets bemüht, uns da immer weiter fortzubilden, um den Kunden natürlich nach bestem Gewissen und Wissen da beraten zu können. Welche Rolle spielen denn erneuerbare Energien jetzt bei euren Projekten? Und wie integriert ihr diese auch in neue Bauprojekte? Ja, die erneuerbaren Energien sind natürlich mit einer der maßgebendsten Hebel, sage ich mal, um auch die ganzen neuen Vorgaben einhalten zu können. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir aktuell das Klimaschutzgesetz, wo wir 15 Prozent regenerativen Anteil aktuell einhalten müssen. Das wird sich aber ändern. Es ist jetzt so aufgestellt, dass Kommunen, die mehr als 100.000 Einwohner haben, ab 2026 neue Heizungsanlagen, die eingebaut werden, die müssen 65 Prozent regenerative Energien definitiv vorweisen können. Bei Kommunen unter 100.000 Einwohner ist das ab 2028 erst der Fall. So, bis dahin wird natürlich probiert, die kommunale Wärmeplanung immer weiter fortzuschreiten. Heißt, wenn die kommunale Wärmeplanung bis zu diesem Jahr, was ich gerade genannt habe, schon durchgeführt worden ist und das in dieser Kommune vorliegt, dann habe ich die Verpflichtung, schon vor 2026 oder 2028 meine neue Heizungsanlage zu 65 Prozent regenerativ einzubauen oder mich natürlich dann an die Fernwärme anschließen zu lassen. Das sind dann die Vorgaben, die wir dort haben. Das heißt, man sieht, die regenerativen Energien spielen auf jeden Fall eine sehr große Rolle, auch sehr kurzfristig tatsächlich. und davon abgesehen würde ich sowieso jedem empfehlen, auf regenerative Energien so früh wie möglich umzusteigen. Für viele schwebt im Kopf immer noch, ja, aber Gasheizung, vielleicht war ich ja günstiger damit und die läuft ja super und das funktioniert ja alles. Und man hört es natürlich oft, klar, was damals funktioniert hat, war damals natürlich auch in Ordnung, aber irgendwo entwickelt man sich weiter und das Klima rettet sich nicht von selber, sagt man halt einfach. Und dementsprechend müssen wir da natürlich agieren. Und gerade was die CO2-Besteuerung angeht, das ist dann immer ein Punkt, den ich gerne erwähne, um die Leute zu sensibilisieren und denen zu zeigen, Gas wird nicht günstiger. Also dann werden die Steuern halt Stück für Stück angehoben. So jetzt haben wir natürlich ab 2025 haben wir so 55 Euro pro Tonne CO2, die wir da zahlen müssen. Es ist immer noch zu unterscheiden, also wenn ich ein sehr gut saniertes, gedämmtes Gebäude habe, dann wird es relativ fair zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. Wenn ich ein Vermietermodell habe, habe ich ein sehr schlecht gedämmtes Gebäude, dann ist der Vermieter da fast alleine dran schuld und muss 90 Prozent dieser Besteuerung alleine tragen. Man sollte jetzt nicht denken, dass die Besteuerung ab 2025 aufhört. Das geht natürlich noch weiter. Danach sind ungefähr 65 Euro angesetzt, aber es ist auch bekannt, dass zukünftig, ich meine ab 2028 glaube ich, sollen auch CO2-Zertifikate in Umlauf gebracht werden. Das heißt, man kann sich damit quasi die CO2-Rechte kaufen, aber sie auch wieder verkaufen. Wie das alles ablaufen wird, da sind wir alle nochmal sehr gespannt. Aber bis dahin heißt es auf jeden Fall, dass die Besteuerung von CO2 halt wirklich immer teurer wird und dass man wirklich gut geraten ist, auf regenerative Energien umzusteigen. vor allem auch, da diese natürlich immer günstiger werden. Der technologische Fortschritt ist unaufhaltbar. Wie ich vorhin schon meinte, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft. Die Wärmepumpen erfahren gerade den größten Hype, den ich je erlebt habe. Das ist ein Alarmunnipe. Und ja, deswegen sollte man schon schauen, dass man da auf diese Welle mit aufsteigt. Problematisch ist es natürlich in einigen Bereichen, jetzt gerade wenn ich sage, ich möchte eine PV-Anlage oder eine Solathermie-Anlage etablieren, brauche ich definitiv Dachfläche. Das ist ganz klar. Habe ich jetzt keine Dachfläche, kann ich das zum Beispiel gar nicht realisieren. Eine Pellet-Heizung, auch eine sehr gute regenerative Möglichkeit. Auch da problematisch, wie ich vorhin schon erwähnte, man muss eine Solathermie-Anlage mit dieser Pellet-Heizung kombinieren, möchte ich Förderung haben. Andererseits ist eine Pellet-Heizung auch wieder sehr platzintensiv. Also ich brauche, wenn ich einen alten Ölkessel damals hatte, dann ist der Platz definitiv ausreichend für meine Pellet-Anlage. Habe ich aber nicht so viel Platz, was bei vielen auch vorkommt und was der demografische Wandel halt mit sich bringt mit der Zeit, dann wird auch eine Pellet-Heizung wirklich schwierig umzusetzen. Und daran sieht man schon, dass man eigentlich schwierig um eine Wärmepumpe aktuell herumkommt oder halt, wenn man sich an ein Fernwärmenetz anschließen würde, das natürlich auch eine sehr gute Wahl ist. Da muss man natürlich die Wirtschaftlichkeit mit betrachten. Die erstmalige Investition für so einen Fernwärmeanschluss hält sich in Grenzen. Da ist man vielleicht bei so einem etwas größeren Gebäude bei 10.000 Euro, vielleicht maximal 20.000 Euro, was die ganzen Anschlüsse angeht. Und dann ist es aber, sage ich mal, die langfristigen Kosten, die auf einen zukommen, die sind natürlich ein wenig höher, weil die Kilowattstunde dort ein wenig teurer sein wird. Ja. Okay. Und ich habe ja in anderen Gesprächen schon häufig das Thema Denkmalschutz gehabt. Das ist ja immer wieder eine Herausforderung. Wie geht ihr denn damit der Herausforderung Denkmalschutz und Energieeffizienz um? Ja, das ist immer ein spannendes Thema und ein Thema, was in Sitten so neue Herausforderungen stellt, wo es auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Kommunikation mit der Denkmalschutzbehörde bedarf. Ganz, ganz klar. Das Denkmalschutzamt gibt natürlich da die Vorgaben für gestalterische Merkmale des Gebäudes vor. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, wir packen uns jetzt eine Wärmepumpe vor das Gebäude. Das wird natürlich die gestalterischen Anforderungen definitiv überschreiten. Da wird das Denkmalschutzamt mitmachen. Genauso können wir auch schwer das Dach aufdoppeln, neues Dach aufbauen. Gewisse Fenster müssen natürlich wieder so reproduziert werden, wie sie vorher eingebaut waren. Das heißt, habe ich vorher Sprossen drin gehabt, sollten die Sprossen auch wieder vorkommen. Da ist aber auch das Denkmalschutzamt, sage ich mal, redebereit. Also man kann da wirklich in die Verhandlung gehen und sagen, so, pass mal auf, wir haben jetzt die und die Maßnahmen, können wir da nicht eine Einigung finden. Das hat halt einen größeren Mehrwert für das Folgen. Na klar, wenn ich jetzt mein Gebäude dämme und dadurch weniger CO2 ausstoße, dementsprechend ist das dann auch in einigen Punkten möglich mit dem Denkmalschutzamt zu verhandeln. Dazu ist es aber auch so, dass wir gerade im denkmalgeschützten Bereich auch etwas entspanntere Vorgaben haben, sage ich mal, wenn wir das gefördert haben. Heißt, wenn ich jetzt neue Fenster im normalen Gebäude einbaue, habe ich einen U-Wert von 0,95, den ich einhalten muss. Bin ich im denkmalgeschützten Gebäude, dann kommen wir sogar weg von den dreifachverglasten Fenstern und da werden sogar isolierverglaste Fenster immer noch förderfähig. Okay. Genau. Und die dürfen dann einen U-Wert, U-Wert von 1,4 haben. Haben sie Sprossen mit in den Fenstern, dürfen sie sogar 1,5 haben. Und das ist wirklich sehr leicht zu erreichen tatsächlich. Also da sind die Vorgaben ein wenig runtergeschraubt worden. Auch bei dem Dach zum Beispiel ist es sehr interessant, wenn ich jetzt ein normales Gebäude sanieren möchte und ich möchte das Dach dämmen, dann komme ich aktuell nicht mehr drum herum, ein Gesamtpaket auf mein Dach zu schmüren, was um die 30 Zentimeter beinhaltet. Was natürlich schon nicht wenig ist. Und die Denkmalvorgaben, die sehen da oft mal andere Dimensionen als die 30 Zentimeter. Beziehungsweise darf man das von außen vielleicht gar nicht anfassen. Und da haben wir den Vorteil, dass das BAFA dann sagt, okay, bei Dachdämmung, wenn wir da einen Zwischensparrenraum haben, müssen wir den Zwischensparrenraum mit einem Dämmstoff füllen, dann eine gewisse Wärmeleitgruppe erfüllt. Und dann ist es ausreichend und wir kriegen es auch gefördert. Das heißt, den Platz ausnutzen, der vorhanden ist, nach besten Möglichkeiten und dann würde man das dann auch förderfähig kriegen. Und so zieht sich das bei den meisten Bauteilen beim Denkmalgeschützengebäude auf jeden Fall fort. Ja, die vorletzte Frage, die ich habe, die mich auch noch interessieren würde, ist, wie arbeitet ihr denn mit anderen Fachleuten, wie jetzt beispielsweise Architekten, Installateuren zusammen, um ein Projekt jetzt erfolgreich umzusetzen? Ja, als allererstes kann man da nur sagen, so wie bei Immobilien, Lage, 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 sagen wir bei der Zusammenarbeit, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Okay. Oder ist es nicht möglich, vor allem, da wir natürlich nochmal eine Position mehr in den Bauablauf reinbringen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein größeres Gebäude, was einen Sanierungsbedarf hat und ich schalte einen Architekten ein, hat der Architekt eine gewisse Bauleistung, die er zu erfüllen hat, die aber mit unseren Bauleistungen koalieren oder sich schneiden. Das heißt, man muss sich da natürlich abstimmen, welche Tätigkeiten der Architekt jetzt wirklich übernimmt und was wir als Architekt übernimmt, dann wirklich die Gestaltung, was soll da, wie soll es umgesetzt werden und wir sagen dann, was ist notwendig, um es so umzusetzen quasi. Und deswegen, Kommunikation, einer der wichtigsten Dinge da, um dann wirklich strukturiert vorzugehen, um hohe Kosten natürlich nachhaltig vermeiden zu können und die Handwerker und anderen Fachplaner gut koordinieren zu können. Deswegen finde ich, ist Kommunikation wirklich das Schlüsselwort da. Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Das stimmt. Jetzt zum Abschluss, was sind denn so die drei wichtigsten Punkte zum Thema Energieberater, die die Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollten? Ja, die drei wichtigsten Punkte da. Also wichtig ist es natürlich ganz klar, wenn ich jetzt vorhabe, ein Gebäude zu sanieren, dann bitte, bitte, bitte rechtzeitig sich über einen Energieberater Gedanken machen, das alles sehr nachhaltig planen und uns relativ früh mit ins Spiel bringt. Denn wenn man sich jetzt überlegt, ich kaufe jetzt nächste Woche mein Haus und gucke dann schon mal, wie für nächste Woche, weil ich in drei Wochen oder vier Wochen da was machen möchte, nach dem Energieberater ist es definitiv zu spontan. Dementsprechend würde ich da jedem raten, wenn er das in Zukunft vorhat, wirklich ein halbes Jahr Vorlauf mit einzuplanen, ein halbes Jahr vor dem Energieberater schon mal Bescheid geben, weil den Vorlauf brauchen wir aktuell. Und wir kriegen es ja, viele Kunden rufen uns auch an, die schon andere Energieberater durchtelefoniert haben. Das ist wirklich sehr schwierig, aktuelle Energieberater zeitnah zu bekommen. Also wirklich Vorlauf mit einplanen. Das ist, finde ich, sehr witzig. Ja, ansonsten noch über Energieberater ist natürlich, dass wir Energieberater, viele denken halt oft, dass wir dann irgendwie angehalten sind, gewisse Produkte auch mitzuvertreiben von irgendwelchen Unternehmen. Aber wir sind natürlich immer daran interessiert, die höchstmögliche Förderung und die bestmögliche Sanierung für den Kunden zu verwirklichen. Und dabei arbeiten wir unabhängig und haben keinerlei Verpflichtung Dritten gegenüber. Wir arbeiten wirklich nur beratend, ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Das heißt, wir sind natürlich pro Kunde und probieren Ihnen das Beste rauszuholen. So auch wie bei der Baubegleitung, dass wir dann natürlich die bestmögliche Qualitätssicherung für Ihnen vornehmen. Genau. Und als letzte Botschaft vielleicht noch, sich definitiv nicht von den politischen News verunsichern lassen, sich nicht populistisch zu sehr einwickeln lassen. Wenn Fragen sind, einfach gerne mal einen Energieberater anrufen. Wir sind sehr offen für Fragen und versuchen da wirklich zu helfen. Wir beißen nicht. Und ja, das wären so die drei Punkte, wo ich sagen würde, die finde ich als relativ wichtig. Ja, schönen Schlusswort. Dennis, ich danke dir sehr herzlich für das informative Gespräch. Und ich fand, da kam eine ganze Menge rüber. Auch nochmal im Vergleich jetzt zu anderen Interviews, wo wir das Thema Energieberatung immer nur angeschnitten haben, war das jetzt wirklich mit dem Fokus ein sehr interessantes Interview. Deswegen herzlichen Dank. Das freut mich. Ich fand es auch sehr entspannt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. 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 Bis zum nächsten Mal.